Musik Jequez ja die selbe Katastrophe, wenn man da hinkommt! 4 Stunden ein Stür! Beste doch selber schon! Toh, du Grote Moll League, du würdest da einche, der vor dem Auto geht! Da könntest du dich auch allein hänger ins Stür setzen. Wenn wir dich höhen fahren, Leute, da sind wir nur in Erd. Also ich muss sagen, die Probe läuft im Moment extra gut, es ist auch eine gute Stimmung, natürlich. Und ja, es ist das Ingwerk für die Premiere, wir hatten noch ein paar Probefeuern, es läuft eigentlich ganz gut, das kann ich noch. Wir haben immer noch keine Prülle dabei, wenn wir nicht gesichert mit Arrangeren, die Bühnenbild war immer kompletter. Und auch die Sachen, die Jugend, die ein Alternativstück hat, die haben noch ganz besser mitgebracht, die sind noch so weit. Dachte zusammen, Familie Hillesmann, hallo Sandra, ich freue mich auf alle Welt, und ich wünsche euch eine schöne Urlopäe in Brede. Sarens, probierst du den Flamme, der Kalle? Wir wollen mit neuen Bergen hier fahren. Also es spielt dieses Jahr bald nie die Kälme, es spielt dieses Jahr eine Reihe mehr, und es wird immer mehr alles Kälme so lüderer, also es hat einen Bezug zu Kälme, in der Sende, dass da ein Hotel ist, da ist Inge Benne, der ist vor Jahren nach Brede, dann hat er ein Hotel aufgemacht, da kommen zwei Kälmeser Familien auf Urlaub, und da ist noch eine Badebeester drin, der könnte ursprünglich auch von Kälme. Das ist eine Kalle, die Wütschke, mit flammischem Akzent, wie die anderen. Und so ist das ganze Vieh betrunken, man kann nicht wunderbar auf Kälme. Das ist natürlich auch, warum wir noch lokal koloriert werden. Wie gesagt, die Familie ist ein bekannter Name, da ist jemand persönlich mitgegangen, das ist einfach mehr für so eine Idee zu haben, wie es immer so ist. Da wird eine Anspielung, ob konkrete Leute, wie immer in Afrika, so zentral wie vorher schon auch einfach, weil jünger da bin, es wird ein Bezug auf Kälme, mit dem, was in der Allgemeinheit so ist, wo genau bewährte Klinge lustig kommen, hat man so in den Alltag immer, wenn man zu den Senden liest, ja, da hat man ja noch vor, weil man auch in der Allgemeinheit so hat, was man mag. Jetzt sind zwei Kälme-Soch-Familien, sie sind eben wie gesagt, eine Reihe Bär, die knabbeln sich, wie es da geht, da drüben, dass auch ein Kling Romanze mit der Bänne ist. Da kommen junge Lü Bänne, die sind geschickt worden, wenn die Mängde waren, wieder eine Gutmachungsmaßnahme, weil die irgendetwas gemerkt haben, die soll ja Wanderbademeister werden, viel gemerkt haben, viel gemerkt werden, da könnte dann noch eine andere junge Bänne, der sich freiwillig abschließen will, weil er eben auf der Fluchtversicht auch nicht ist. Die haben einfach mehr überlehrt, halt immer während der Biese, das ist alles so eine Klammer, okay. Ist schon wirklich betrunken, wäre überhaupt keine. Wenn ich nun nicht bei den Pikli, da gehen wir an einer Ehe. Ja, da vielleicht, ein lecker Kot. Primmelst der, Monsieur Hillesmann. Wat? Nee, Junge, den Pipi trink ich nicht, dem kriegst du auch wieder, wie eine Winkel. Das ist vielleicht jetzt für die Herrredner, einfach nicht für mich, Junge. Ich halte mich wie Ehebärler, Junge. Ha! Ja! Ja! Also warnt der 3. und er fett in Oktober, und am Wochenende drobt er der 20. und der 21. Garten hier, wie immer, bei Schmetzenjub, also bei Serge. Ähm, bevor wir kommen, ist hier gut eingelogen. Also, wenn er noch Karten will, sind wir noch da. Wird trotzdem auch nicht langweilen, weil es fühlt sich langsam, und es hat wirklich extrem gut mit der Karten, wer verkauft ist, ja. Ich habe noch die Frage, es ist nur mehr so viel Bier getrunken. Jede Tanoa wäre bloß mit euch. Wenn ich nur nicht mal ein Pipi kriege, dann fährst du keine Regeln. Nein, das soll passen! Ein Teil davon, was wir eben mit dem Nachwuchs auch üben, das ist verwirrend, heel hell, alles klar und deutlich gut. Da wird dann eben noch ein Projekt geprüft, dass das, wie gesagt, auch heel hell ist. Wir stellen uns da auch ins Hinge, wir werden hören, bis Hinge noch alles hört, ob das alles deutlich ist. Und das ist, wie gesagt, natürlich auch, was die nicht weht, ist, wie sie mit der Körper, die Sachen unterschreibt, die man sieht, wie man sie so an uns B eingestellt auf andere Stelle kennt, das Stellungsspiel, das hier doch wirklich nicht möglich geht, für ganz andere Reaktionen. Und wenn die Sachen unterschreibt, was die sagt, wer auch richtig darstellerisch spielt, in Bezug auf das, was eigentlich auch die Story ist. Ja. Das ist, im Jahr, wann dieses Jahr der Jan Nöder war, der Junge von Audrey von Evertz. Und die anderen sind mittlerweile auch auch Hase, weil so ein Moritz ist ja eh lang, oder wie, und Noah und Sam sowieso. Die trecken dem da gut mit, und da sind die Enkel, von denen sie sehen, denn das läuft gut. Die mag das echt gut, die Junge. Also die wird gut gekommen, da werden überrascht sie, die haben aber auch eine Top-Leistung dieses Jahr. Passt du auf dich, wenn es den Sobsters kriegt, die Flammen, dann wäre im Stil auch. Das ist gut. wir sind ja auch ein guter Barometer für uns. Das ist, wenn wir so, Audrey und ich, wenn wir an jemanden schreiben, und an jemanden sitzen. Also, wenn wir viel Spaß dabei haben, dann ist das ein echtes Barometer. und wenn wir so die erste Probe haben, und du merkst, die Leute lachen auf verschiedenen Plätschen, da sind ja noch Poete drin, die werden natürlich bei uns, wenn du das hundertmal wiederholt hast, als bei der Probe. Das ist ja langweiliger, aber wir wissen nur halt, dass die Leute an gewissen Punkten schreien werden. Das kann ich nicht nur halt sagen. Weil halt, wir haben ein paar Fingbinnen in ihr Boot. Man muss jünger empfehlen, also empfehlen nicht. Das ist sowieso nicht so in der hürten Linie. Das ist ja bei uns immer die Prämisse, aber hier und da kriegen, in anderen Sinne ein Klick mit. Ja. Willst du, mein Herr Louis, vielleicht auch ein Portion Muscheln mit Fritten? Was? Nichts oder was? Verhüfte Leute für unsere Opa hier nicht. Aber, Mösschen Hillesmann, ich garantier euch, alles frisch und der Warte. Ha! Was willst du, Strand? Was trost der Wetter, was für unsere Opa hier ist? Er kriegt Jäcker auf den Tee, singt ruhig schnell Brühl und ein Glas Kranenwarte. Das ist übrigens alles in die Kühlbox hier, Elsie, da kannst du den Brett machen. Ja. Wir haben jetzt ein paar Jahre, und wir machen uns da so viele Gedanken, mit welchen Namen können wir da verbringen, mit welchen Jäven hätten. Und das wird nicht mehr einfach übersatt, das wird wirklich umgeschrieben, ob Kellemes. Also die paar Jahre, die wir haben, da ist eine Ruhe warm. Und das wird nicht mehr, mit dem ganzen Rest schrieben, dass es speziell mit Kellemes stattfindet, auf E-Kellemes an bestimmten Orten, ob sich beträgt, ob jetzt die Kellemes tatsächlich durchgestaut hat. Das ist für das Grundstück. Für die anderen noch, gegen Jümmerowitschke, weil es übrig bleibt, und da ist es seit Jahren nicht so, dass ich die Stücke zusätzlich selber noch ins Schrieb. Und da sind auch noch ein paar gezielte Poete, bei der öffentliche Läufe von Kellemes. Nichts richtig Politisches, weil das will ich nicht, das mag ich auch nicht. Es war immer so eine kleine Anspielung, ob der Engel auf der Andere. Ja, das ist, man erinnert sich auch schon, mit Björn Verklinkenberg, der da viel Humor hat, und alle in die Form mit der Marke. Ja, das ist ja auch so. Alles, was der Geld hat, ein Schmuck in der Südde, das wird alles eingeschlautert. Ich schlau mich doch nicht, weil ich Flamminge beklaue, wa? Also wir sind echt froh mit Iris, weil wenn man Tags hier kommen werden will, ich, mein Ding, ich hab das immer, indem ich das mehrere Mal wiederholen späle, zu den anderen, die kennen ja den Tags, UDF, weil ich bin immer auch gewesen, zum Beispiel, das wäre es allemal, oder Blizzenzange, Oben Aufführung, da ist mir immer froh, wenn man das noch auf das andere Stichwort kriegt, ja, ohne Soufflöse, kannst du das aber nicht. Das ist unwahrscheinlich für den Text auch Elvis. Komm Otjun, ja, heelen no. Ja, komm, älschu signifik 197, Wie Fieams, ahle, wie fieaschi! Wie Fiekä! Lachen Sie, wie Sie blick uns! Flang! Nu kirk ich da an uns auf! Sie sind burnen, werng für nen Clund! Dieter! Dieter! Nu zie ich mir nu, lachtestat doch läGt, je Walle!!! Sehe ich, dass du ne Mann bist? Ein Stubbeling! So eine schwere Rechte! Herr Dieter, für ne Irre aus Familie! Alle! Wenn der... Wenn der... Wenn der dann noch einen zum Hackt! Da! Da! Warte! Da buche ich mich, schief das Bruder, aber auch nicht! Boah! Helpt mich! Ja, die kostet 8 Euro, die der beschmerzte Juppie gesagt. Der hat doch alle Dach verziehen nur ein Ab, und das ist nicht mehr. Und das ist nicht mehr. Da, kann er doch Rikos 8 Euro, wie gesagt, die Aufführung ist unter dritten, dann in der Vette, dann in der Twintesten, eben in der Twintesten. Und ja, Serge und Ilona, die machen da. Walsschlap! Ach, Wattel ist der Wal! Das ist 3T ohne Klöpperei und der Jange ist! Immerhin ist Herr, ja, der Jange! Also bin ich ja nur eine moralische Sieger! Plattwünschtheater in Gämmes fährt er nur büsch! Ja! 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 Ja!